Norman Graham Hill war ein britischer Automobilrennfahrer. Er startete zwischen 1958 und 1975 bei 176 Grand Prix in der Formel 1 und errang zweimal den Weltmeistertitel. Als bislang einziger Rennfahrer errang er die sogenannte Triple Crown des Motorsports, einen fiktiven Ehrentitel, der die Siege beim großen Preis von Monaco der Formel 1 bei den 24 Stunden von Lehmanns und beim Indy 500 umfasst. Hills einziger Sohn Demen errang 1996 den Weltmeistertitel in der Formel 1. Damit sind die Hills bislang die einzige Rennfahrer-Dynastie, in der Vater und Sohn den Thron der höchsten Motorsportklasse bestiegen haben. Karriere Hills Rennfahrer-Karriere begann im relativ hohen Alter von fast 30 Jahren und auf Umwegen. Nach einer Lehre beim Instrumentenhersteller Smith sowie einer Dienstzeit bei der Marine fing er er Ende der 1950er Jahre als Mechaniker bei Colin Chapmans Lotus Team an. 1960 wechselte er als Fahrer zu BRM und gewann 1962 die Weltmeisterschaft. Zurück bei Lotus Truckel 1967 maßgeblich zur Erprobung des neuartigen Typs Lotus 49 mit dem Ford Cosworth Motor bei. Nachdem Anfang 1968 bei Lotus der zweifache Weltmeister Jim Clark auf dem Hockenheimring und Mike Spence bei Testfahrten für das Indianapolis 500 tödlich verunglückt waren, konnte Hildi Moral im Team wieder aufbauen und seinen zweiten WM-Titel erringen. Das Jahr 1969 war weiterhin von Unfällen überschattet. Sie gingen meist auf technische Probleme zurück, die aus der Leichtbauweise von Chapmans Wagen resultierten. Grotesk an Mutende Flügel auf Bauten verstärkten die Risiken, bevor die Regeln geändert wurden. Der 40-jährige Hill überlebte einen Unfall in Watkins Glen mit schweren Beinbrüchen. Nach der Genesung setzte er die Karriere fort, konnte jedoch an seine früheren Erfolge nicht mehr anknüpfen. Er gewann zwar noch auf Brabham ein Nicht-zur-Weltmeisterschaft-Zählen des F1-Rennen sowie 1972 mit Matra in Lehmanns. Doch konnte er sich am Ende nicht mehr in Monaco qualifizieren, wo er fünfmal gewonnen hatte. Nach einer erfolglosen Saison als Privatfahrer eines Shadow DN1 gründete Hill Ende 1973 mit Fahrzeugen von Lola unter dem Namen M. Bissi Hill sein eigenes Team. Das Unternehmen war jedoch vom Pech verfolgt. Beim Rennen in Barcelona 1975 verunglückte Rolf Stommel in Schwer, zahlreiche Zuschauer starben. Hill konnte sich im gleichen Jahr nicht für die großen Preise von Südafrika und Monaco qualifizieren und trat anschließend vom aktiven Rennsport zurück. Ende November 1975 stürzte die Pieper Aztec, die Hill sich von der Siegprämie für das Indy 500 gekauft hatte und selbst pilotierte. Beim Anflug auf den Flughafen Elstree in dichtem Nebel über der Ortschaft Ackley, Nordlondon, ab. Neben Hill kamen fünf weitere Mitglieder des Embassy Hill Teams dabei ums Leben, unter ihnen Toni Brise, eine große britische Formel 1 Hoffnung. Der Familie wurden hohe Schulden hinterlassen. Hill war seit 1955 mit Bette verheiratet. Das Paar hatte drei Kinder, der Sohn Dimmen wurde 1996 mit Williams Renaud Weltmeister. Er übernahm dabei das charakteristische Design des schwarzen Helms seines Vaters auf dem weiße Ruder auf den Londoner Ruderclub verweisen. Statistik